Musik Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zur Ausstellung Etwas mit Farbe von der inklusiven Künstlergemeinschaft Lippe, die Hummel, die ihre Werke hier im Klinikum Lippe-Lemgo ausstellt. Leider bin ich hier im Krankenhaus gelandet, aber das muss ja nicht heißen, dass man nichts macht. Also habe ich für euch dieses kleine Filmchen hier angefertigt und hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben, wir hoffen natürlich, dieses Video hat euch gefallen und wenn es so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.